Freunde, was war das mal wieder für ein Workout, also ich bin komplett zerstört, aber genau das liebe ich auch, muss ich sagen. Boah, seht ihr das, wie ich schwitze, also ich bin einfach zu 100% zerstört. Werde jetzt dann wieder mal was mitessen müssen, beziehungsweise weiter am 1-Millionen-Abonnenten-Special hustlen, aber vorher mal ab unter die Dusche. So genau, ich habe ja Neuigkeiten, Freunde, nämlich gibt es ab Juli, so wie jeden Monat, eine neue XXL-Kampagne und dieses Mal ballert es wieder mal richtig rein, denn es gibt wieder bis zu neun Gratis-Produkte mit dem Code, Sascha, 10 mal Process, Freunde, mit dabei, Energieriegel, dann M&M's Ersatz, also Protein-Candies mit dabei, zweimal Maske in der Testprodukte, Geschmack nach Wahl, dann haben wir noch mit dabei Omega-3-Tabs, also direkt mal 90 Tabs drin und den unglaublich leckeren Protein-Aufstrich, White Choco Cookie, für die, die noch nicht kennen, unbedingt testen. Ja, das alles gibt es eben für die beste Community, viele neue Geschenke, also eine neue XXL-Kampagne für Juli ist eben, ja, aktiv seit dem ersten, so wie jeden Monat. Ja, voll, checkt das gerne mal aus, beziehungsweise gönnt euch und die 10% Rabatt und natürlich Gewinnspiele jede Woche. Sind ja natürlich auch noch mit dabei und so weiter und so fort, also gönnt euch, könnt gerne bei Pro-Process vorbeischauen, einfach hochwischen. Viel Spaß, perfekter Zeitpunkt, um sich mit neuen Supplements, Trainings-Outfit oder auch Trainings-Equipment einzudecken, würde ich sagen. Ja, in diesem Sinne, jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag. Hier fliegen einfach noch die Ballons der 1-Millionen-Abonnenten-Feier, wenn man so will, herum und natürlich Knifflis am Start. Und jetzt wollte ich eigentlich Mittagessen mit Paulina, aber wir haben gestern mit einem Puzzle begonnen. Und ja, so weit sind wir noch nicht, das bedeckt irgendwie den ganzen Tisch, aber das sieht ja auch richtig heftig aus, oder Freunde? Was ist das für ein Puzzle? 1500 Teile! Oh Mann, das kann noch was werden. Jetzt nicht vorgewandt, und zwar, weil wir jetzt einige geschrieben haben, wie sprichst du Puzzle aus? Puzzle. Puzzle. Ja, aber ich habe gestern schon eine Abstimmung gemacht. Schaust du nicht meine Insta-Videos? Nein, was Puzzle? Da steht Puzzle. Puzzle oder Puzzle. Puzzle oder Puzzle ist stimmt als für Puzzle. Puzzle oder Puzzle? Unterschiedlich. Puzzle, Puzzle, Puzzle. Ja. Und Puzzle sagt keiner oder was? Nur wir. Österreich. Oh Mann. Keine Ahnung, Freunde. Ich sage es echt so, als wäre da ein hartes D drin. Als würde es von Putzen kommen oder so. Aber irgendwie das hintere, das leh erinnert mich irgendwie an den Song, Freunde. Moment, Puzzle. Puzzle. Bauen wir einen Puzzle. Mit 1500 Teilen. Ein richtig schweres Puzzle.